schön dass ihr wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im 46 teil meines weibhaut creating crash let's play ja die kleine hat schon gesagt springen rein und beginne das machen wir jetzt eigentlich auch geht los ja ja das war sehr spektakulär moment ja ja für alle die das erste mal einschalten ja wieso so viele teile also teil 46 jetzt kann ich euch sagen ich bin sehr schlecht in dem spiel und ja ich komme eigentlich nie bis runde 67 uhr und ja letztens habe ich so ungefähr eine art wie persönlichen rekord aufgestellt da habe ich glaube bis runde 9 geschafften ja das war nicht schlecht zwar super aber dann habe ich wieder voll abgelöst ne oh nein was mache ich denn da die ganze zeit was mache ich denn da ok ich habe verloren leute so schutz jetzt habe ich gefunden die taste ja ich habe gefällt warum habe ich gefällt weil zeitvorgabe wie man sieht eine minute 24 wird habe ich gebraucht 145 band to 3 agai na klar trypsilion agai das machen jetzt hoch ne ja mach ich so oh nein schwingen kühler da müssen wir ein bisschen aufpassen sind sehr gefährlich diese schwingen kühler ja ja jetzt habe ich mich ein bisschen warm gemacht ja sweet christmas da hast du recht junge okay hopp 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 äh uber äh a äh a und da sind wir haha das ist fast gereimt weiter geht so ja ja einverstanden voller ready so hopp ja ich will sagen bis jetzt läuft's ne aber der darf ich natürlich nicht verschreien weil das geht schnell bei mir vorbei ne mit laufen ja wow ha ha habt ihr es gesehen bei nachher ne ja lieber dreimal zu viel gehüpft als einmal zu wenig ne denn dann gibt es gleich einen auf den dots hier hopp ja 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 gut ja gut ja gut ja gut ja gut Boah, der arme Junge, was der wegen mir auf den Dotz kriegt. So, weiter. Schnell, aufstehen. Bis der zu sich kommt, der arme. Oh nein, da kommt die Röhre der Verblödung. Ich habe es gewusst, Mann. Ja, jetzt aber schnell durch die Röhre, komm. Das geht mir doch nicht, oder? So, ob, ob. Genau, voll rein, ich habe es gewusst. Mann, das war echt jetzt sehr, sehr. Naja. Ah, schlecht von mir, ja. Aber umso besser ist es jetzt gelaufen. Ja. Ich muss nochmal neu versuchen, Leute, es tut mir leid. Ich habe schon wieder voll abgelust. Mach, was soll ich machen? So. Wow, wo bin ich denn jetzt? So, hoch, kleine Eidechse. Oh nein. So, hopp. Oh nein, Schwingkügerler. Von denen habe ich immer so viel Angst, ne? Hopp. Wow. Hopp. Sehr schön. Äh, nein. Ah, ich hätte doch Ypse drücken sollen, Mensch. Ach, Mann. Also nochmal. Komm. Und hopp. Äh, Ypse. Undy. Äh, Ypse. Und. Ja, ja, oder so ähnlich, ja. Ja. Hopp. So, kleiner. Ah. Ja, davor habe ich Angst gehabt, ne? So, schnell. Pass auf. Ah. Mann. Nein. Geh mir doch nicht. Ja, ich weiß, das war sketchy. Warte, was mir das bedeuten soll. Das sagt immer zu mir. Hey, sketchy. Nein, nicht schon wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. So. Jetzt das. Da ist schon wieder einen auf den Dotz gekriegt. Und schon wieder auf den Dotz. Das gibt's doch nicht, Mensch. Komm. Hopp. Boah. Bitte nicht schon wieder. Bitte nicht schon wieder. Lasst mich durch. Ah. Na, endlich. Ja, gut. Meine Zeit ist grottenschlecht. Muss ich schon sagen, wie es ist, ne? Das kann ich ja nie schaffen. Hopp. Wenn ich die ganze Zeit am Kurs, äh, Anfang gehangen bin, ne? So, Herze. Komm, 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 komm. Oh, nein. Ach, innerhalb zwei... Wie viel? 15 Sekunden. Wie soll ich denn das schaffen? Geht ja gar nicht. So, schön auf die Füße. Ja. Ha, 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 ha. Jetzt ist er geflogen, ne? Hopp. Hopp. Ja, wie man sieht, ich bin schon zeitlich voll drüber. Ich bin doch echt ein Dödel, oder? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, Herze, komm. Gut. Boah, das war jetzt knapp, Leute. Das war jetzt knapp, Leute. Das war jetzt knapp, hä. Ja, oder so ähnlich, Leute, ne? Ich weiß nicht. Sollen wir nochmal versuchen? Wisst ihr was? Ich mach das jetzt einfach. Ihnen machen wir noch. Klar. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich suche bin. Hab gesagt, ja. Also, machen wir nochmal. Jops. Mal kurz ihn auf den Dotz gekriegt. So, hopp. Gut. Und. Gut. Gut. Hopp. So, jetzt, äh, unter. Äh. Rechtes. Jawohl. Gut. Schön, komm, aufstehen. Nicht schlafen, hier. Knarzen kann sie dahe. Waffel, die Waffel, den ganzen Tag, der Arme. Ja, so ist es. Ja. Mach mir bitte keinen Stress hier, ne? Äh. Jetzt mal aufpassen vor den Schubskolben. Die sind ganz schön böse, ne? So. Hoppa. Ja. Kann man hier schön ist, äh. Ja, diese Drehmatten. Die mag ich auch gar nicht. So. Jetzt, komm, hopp. Super. Aha. Okay. Aufpassen, Junge. Äh, besser nicht reinfließt hier, ne? Hopp. Boah, das war jetzt schon riskant, was ich da gemacht hab, ne? Oder wie man auf Neudeutsch sagt, risky, ne? Super. Weiter geht das hier. Das kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Hoffig zumindest. Oh, okay. Ah, das hast du jetzt schon gesagt. Oh, nein. Jetzt, hopp. So, super. Boah, Leute, habt ihr das gesehen? Zwiesig natürlich nicht, ob das mir jetzt immer gelingen wird. Äh, man geht davon aus. Nein. Haha. Ja, genau. Voll in die Achsel, ne? Hast du ja gesehen, ne? So. Ah, ja. Und ein Schwingkügeler. Schnell weg davon. Weil die bringen Unglück. Zack, 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 jawoll. So, zack, zack. Hopp. Boah. Jetzt hätte mich beinahe am Fuß wiederwischt, ne? Warum? Warum passiert mir das ständig? Hopp. Na, also. Hopp. So, nochmal. Hopp. Schon wieder, Leute. Ich drücke echt wie doof und ständig lässt er sich ins Wasser fallen. Ich weiß nicht, warum. Schon wieder. Ich mach das nicht mit Absicht. Ah, Mann. Wie soll ich denn das schaffen? Leute, es tut mir leid. Echt. Ich kann jetzt da nichts für, ne? Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Kommt, also. Hoppa. Jetzt hat's nur funktioniert, weil ich mit der Zeit drüber bin. Hundertprozentig. Ich sag. Jetzt ist egal. Es ist eh schon egal, weil ich hab ich ja eh verdattelt hier. Hopp. So. Hopp. So, hier sind noch ein paar Schwingkügerle. Ja. Keine Ahnung, was er will. Na gut, Leute, will ich mal sagen. Jetzt machen wir wieder einen kleinen Cut, ne? Sollte reichen, die Feuer ist. Ja, was soll ich großartig sagen? Wenn's euch gefallen hat, bitte abonnieren, wenn ich dann kann ich leider auch nicht helfen. Ich geb mir ja Mühe, aber es gelingt mir nie. Mann. Ja. Okay, Leute. Wenn ihr wollt, können wir uns wiedersehen. Einfach nur einschalten. Checkt meine Playliste und so weiter. Dann seht ihr, was ich hier reinlade. Und, äh, ja, gut, dann sag ich danke. Bleibt einständig und vor allem sauber. Das heißt auch Achselhüllen bitte waschen, ja? Und dann, äh, in einer Frische bis bald, ja? Okay, tschö, papa.